Und ich begrüße jetzt den ZDF-Terrorexperten Emma Thewissen. Guten Abend. Grüße Sie, hallo. Wir haben eben von dem Bundesinnenminister gehört, dass er eine Linie zieht zu den Attentätern in Paris. Sind das wirklich Verbindungen dorthin oder geht es eher um Ähnlichkeiten dieser jungen Männer? Es gibt keinen Hinweis auf eine unmittelbare persönliche Verbindung zwischen den jetzt Festgenommenen und den Attentätern von Paris. Aber es gibt eigentlich drei konkrete Hinweise, dass sie vom IS tatsächlich wie die anderen geschickt worden sind über dieselbe Route mit dem gleichen Vorgehen. Der eine Hinweis ist, dass hinter diesen Tätern ganz offenbar ein Mann steckt in Syrien selber, der vom IS für die Auslandsoperationen zuständig ist, ein Mann namens Abu Ahmad, der mit hoher Wahrscheinlichkeit sowohl die Täter von Paris, die sich vor dem Stadion in die Luft gesprengt haben, als auch zwei weitere Terrorverdächtige, die seit November letzten Jahres in Österreich, in Salzburg in Haft sind, geschickt hat. Und dieser Mann hat ganz offenbar auch diese drei Personen auf den Weg geschickt, um die es sich jetzt handelt. Der zweite Hinweis ist, sie hatten Pässe, die zu einer Charge gehören, die offenbar die gleiche Charge ist wie die Pässe, die die anderen Festgenommenen aus dem letzten Jahr in Salzburg hatten, aber auch die Attentäter von Paris. Und der dritte Hinweis ist, dass sie einen Weg genommen haben über eine Schleuserorganisation, die in der Türkei sitzt, die ganz offenbar auch in diesen anderen Fällen eine Rolle gespielt hat. Also wir sehen hier eine Art Weg für den IS, Schläfer nach Westeuropa einzuschleusen, damit sie dort auf weitere Befehle warten. Es ist die Rede davon, dass diese Syrier vom IS eben ferngesteuert sind. Wie kann man sich das vorstellen? Besteht da ein ständiger Kontakt über Internet und Telefon? Oder sind das gezielt einzelne Anweisungen? Wir haben eigentlich eine Mischung. Wir haben tatsächlich im Fall im vergangenen Jahr gesehen, dass sobald die Täter für Paris angekommen waren, sie in Kontakt gebracht wurden mit der Logistikzelle, die die Anschläge vorbereitet hat. Das ist in sehr kurzer Zeit geschehen. Jetzt in diesem Fall ist es so, dass offenbar diese drei Terrorverdächtigen nach Deutschland gekommen sind. Sie haben untereinander sehr intensiv kommuniziert, allerdings mithilfe von verschlüsselten Programmen, zum Beispiel einer App wie Telegram oder auch Fiber, die sie genutzt haben. Das konnten deutsche Sicherheitsbehörden nicht knacken. Diese Personen sind 24 Stunden am Tag überwacht worden. Sie haben aber keinerlei Vorbereitungen für Terroranschläge getroffen. Das heißt, sie haben kein Sprengmaterial gekauft, nicht versucht, Waffen zu besorgen. Es gibt auch keinen Hinweis darauf, dass sie in dieser Zeit in unmittelbarem Kontakt mit dem IS in Syrien standen. Aber wir wissen aus vergleichbaren Fällen, dass für solche Schläfer vorgesehen ist, dass sie zu einem gegebenen Zeitpunkt, wenn möglicherweise andere Terroristen bereits vor Ort sind, die dann Bomben bauen, die möglicherweise auch Waffen besorgen, dass dann dieser Kontakt hergestellt wird, um Anschläge auszuführen. Ob sich das in diesem Fall genauso darstellt, das wissen wir noch nicht. Die Sicherheitsbehörden werten jetzt natürlich das, was sie beschlagnahmt haben, aus. Unter anderem zum Beispiel die Handys der Terrorverdächtigen. Sie haben es eben gesagt, die drei wurden monatelang observiert. Und es gibt bisher keine konkreten Beweise für einen bevorstehenden geplanten Anschlag. Weshalb greift man dann in so einer Situation wohl zu? Also es hat zwei Gründe. Das eine ist, man hatte jetzt wirklich erst genug zusammenbekommen, Beweismaterial zusammenbekommen, um Haftbefehle auch wirklich zu rechtfertigen und sicherzustellen, dass diese Terrorverdächtigen dann nicht einfach in ein, zwei, drei Tagen wieder laufen gelassen werden. Diese Beweise sind in erster Linie auch aus dem Ausland gekommen, eben über die konkreten Details zu der Route, die sie genommen haben, zu dieser Fälscherwerkstatt, zu der Schlepperbande, die mit dahinter steckt. Das reicht jetzt aus für einen Haftbefehl. Und das Zweite ist, dann hat man sich eben entschieden, jetzt zuzuschlagen, damit man auch die Polizeikräfte wieder frei bekommt, die für die Observation zuständig waren. Man muss sich vorstellen, dass pro Verdächtigen in der Regel etwa 24, 25 Beamte pro Tag eingesetzt werden, um eine rund um die Uhr Überwachung auch wirklich garantieren zu können. Diese Kräfte sind jetzt wieder frei, um auch möglicherweise in anderen Fällen hier in Deutschland eingesetzt zu werden. Denn es ist schon so, dass man natürlich Sorge hat in den nächsten Wochen und Monaten, dass vielleicht andere in Deutschland sein könnten, die Terroranschläge hier planen. Und dazu noch eine kurze Frage. Und zwar, das ist ja eben naheliegend, es sind Hunderttausende Flüchtlinge nach Deutschland gekommen. Und die Debatte wurde ja auch schon geführt. Sind das wirklich jetzt nur zufällig Einzelne, die gefasst wurden, die vom IS eingeschleust wurden? Oder ist die Gefahr da eben nicht noch deutlich größer, dass es viel mehr sind? Also genau kann man das natürlich nicht beziffern. Aber wir wissen, dass die überwältigende Mehrheit der Terroristen, die in die Anschläge verwickelt waren, in den letzten zwölf Monaten, tatsächlich mit gefälschten Pässen nicht über die Flüchtlingsroute, sondern ganz normal mit dem Flugzeug, mit dem Auto gekommen sind. Aber dass der IS ganz bewusst offenbar auch einige über die Flüchtlingsroute geschickt hat. Der IS hat auch sichergestellt, dass einige dabei aufgefallen sind. Z.B. die Attentäter, die sich vor dem Stade de France in Paris in die Luft gesprengt haben, sind auf dem Weg mehrfach registriert worden, haben sich mehrfach registrieren lassen. D.h. es sieht vieles danach aus, dass der IS auch wirklich in der Öffentlichkeit den Eindruck erzeugen wollte, dass die Flüchtlingsroute benutzt wird, dass eine große Gefahr von allen Flüchtlingen ausgeht, damit die Gesellschaft sich stärker polarisiert und hier eben entsprechend mehr Angst geschürt wird. Aber das ist Propaganda, das ist ein Plan, ein perfider Plan der Terroristen. Die große Mehrheit der gefährlichen Terroristen kam bisher jedenfalls nicht über die Flüchtlingsroute. Elmar Teewissen, vielen Dank für diese Einschätzungen aus Mainz. Bitte.